Musik Herzlich Willkommen bei Canisius TV zu einer weiteren Sendung der Staffel, die sich um Jesus dreht. Wie immer sind alle unsere Sendungen, die sind gemacht in Zusammenarbeit mit dem Jesuitenflüchtlingsdienst und wie immer gibt es am Ende die berühmte Spendentafel mit den Kontonnummern. Also wenn Sie mithelfen wollen, diese Sendungen zu machen, zu finanzieren und zu unterstützen, dann bitte ich Sie ganz herzlich um eine Spende für den Jesuitenflüchtlingsdienst. So, das soll jetzt aber es auch gewesen sein mit dem Werbeblog. Und wir hatten am Ende der letzten Sendung wieder einen Cliffhanger. Und ich fasse die letzte Folge noch einmal zusammen. Worum ging es beim letzten Mal? In der letzten Folge, da haben wir gehört, dass für die meisten Menschen der letzten Jahrhunderte klar war und auch immer noch klar ist, Jesus war so, wie die Kirche es uns berichtet. Und so wie uns die Kirche berichtet, so war und ist Jesus. Aber spätestens seit der Aufklärung kamen Zweifel auf. Ist der wahre, wirkliche und echte Jesus womöglich ganz anders? Hat die Kirche Jesus verfälscht? Hält sie den wahren Jesus unter Verschluss? An einfachen Beobachtungen entzündeten sich die Zweifel her. Wie konnte der Mose seinen eigenen Tod im fünften Buch Mose beschreiben? Warum stimmen die beiden Stammbäume von Jesus bei Matthäus und bei Lukas, warum stimmen die nicht überein? Die Saat des Zweifels, die waren jetzt gesät. Und wir kommen zu unserem heutigen Punkt, nämlich drittens die Suche nach dem historischen Jesus. Während die katholische Kirche bis ins 20. Jahrhundert hinein durch ein Machtwort von oben, also durch den Papst, noch für Ruhe sorgen konnten, blühte in den evangelischen Kirchen die vor allem von ihren Gegnern sogenannte Bibelkritik. Die sogenannte historisch-kritische Methode hielt Einzug in die theologische Wissenschaft und besaß schon bald eine Monopolstellung. Die historisch-kritische Methode besagt, wir müssen bei der Lektüre des Bibeltextes die Situation damals, also beim Verfassen der Bibeltexte berücksichtigen. Wir können die nicht einfach jetzt so in unser Jahrhundert übertragen. Wir müssen kritisch fragen, wer hat diesen Text überhaupt verfasst? Wozu hat man ihn aufgeschrieben? Wie ist er überliefert worden? Wo und wie ist er bearbeitet worden? Ich habe Ihnen hier ein Buch mitgebracht, das ist von Norbert Lohfink, Gerhard Lohfink, die beiden Lohfinks sind beides Exegese-Professoren, Bibelwissenschaftler, der eine fürs Alte Testament, der andere fürs Neue Testament, der eine ist ein Jesuit, der andere, der Gerhard Lohfink, der ist kein Jesuit. Aber beide haben eine Fähigkeit, die in der Zunft der normalen Bibelwissenschaftler sehr selten ist. Sie können nämlich Deutsch. Also sie können so schreiben, dass auch ein einfacher Mensch es versteht. Und dieses Buch, jetzt verstehe ich die Bibel von Gerhard Lohfink, das ist ein Bestseller gewesen. Sie sehen schon, allein, dass er so ein Buch schreiben musste, er besagt schon, ganz so einfach ist es mit der historisch-kritischen Methode nicht. Hier ein Sachbuch zur Formkritik. Die Formkritik, das ist wiederum eine Unterabteilung der Unterabteilung in der historisch-kritischen Exegese. Also Sie ahnen schon, das wird unheimlich kompliziert, aber irgendwie müssen ja die Theologiestudenten an den Universitäten beschäftigt werden. Heute ist die theologische, die historisch-kritische Methode an allen theologischen Fakultäten, ob sie nun katholisch oder evangelisch sind, Standard. Diese Methode, so ihre Verfechter, erarbeitete Kriterien, nach denen erforscht werden kann, wer Jesus wirklich war. und was er wirklich gemacht hat und was ihm die Kirche nur zugetragen, angedichtet hat. Wie aber kommt man an den echten, historischen, wirklichen, wahren Jesus ran? Und eines der wichtigsten Kriterien war und ist auch noch das der Unähnlichkeit. Das Kriterium der Unähnlichkeit, meint es, besagt folgendes, wir nehmen mal alles in der Bibel, was typisch jüdisch an Jesus ist, das nehmen wir weg, weil das haben ja alle Juden, das ist jetzt nichts Besonderes, da kommt jetzt nicht Jesus zur Geltung. Und wir nehmen alles weg, was typisch kirchlich ist, was vielleicht die Kirche Jesus ja nur angedichtet hat und so, und was übrig bleibt, das ist natürlich nicht sehr viel, wie Sie sich denken können, was übrig bleibt, das ist jetzt typisch Jesus, Original Jesus. Überall da, wo Jesus mit seiner Kultur, dem Judentum, konform geht und überall da, wo ein Interesse der Kirche zu erkennen ist, da haben wir den wahren, wirklichen Jesus nur bedingt vor uns, aber überall da, wo das weder so noch so ist, da spricht der echte, wahre Jesus zu uns. Und haben wir erstmal die groben Konturen dieses wahren und wirklichen und echten Jesus auf diese Weise erarbeiten, dann fällt es uns zunehmend leichter, Jesus Dinge Dinge zuzuordnen, die er tatsächlich gesagt und die er tatsächlich gemacht hat und die Dinge wegzulassen, die man ihm nur angedichtet, die man ihm nur nachgesagt hat und so erhalten wir Schritt für Schritt durch kritische Forschung den wahren Jakob, hätte es beinahe gesagt, den wahren Jesus. Und es entstand jetzt im 18. und 19. Jahrhundert eine regelrechte Jesusbewegung, eine Vielzahl von Forscher, die machten sich auf den Weg, um den wahren Jesus aus dem Felsblock der Kirche herauszulösen. Die sahen sich wie ein Bildhauer, der vor einem Marmorblock steht und daran geht, seine Figur herauszuholen. Ja, wenn sie mal im Vatikan waren und die Pieta diese Figur da, Maria halt den toten Jesus vom Kreuz herabgenommen auf ihrem Schoß. Ja, irgendwann muss ja der Michelangelo, der das gemacht hat, dieses Kunstwerk, der muss ja mal vor einem großen Felsblock gestanden haben. Aber in seinem Kopf, da war schon diese Figur, die Pieta drin und jetzt holt er die aus diesem Marmorstein gleichsam heraus. Er befreit sie aus diesem Marmorstamm und alles Kirchliche und alles Jüdische, das wird abgeschlagen, sodass die Figur des Jesus in seiner Urgestalt umso kräftiger leuchten konnte und das Projekt, es begann optimistisch, euphorisch. Aber es scheiterte letztlich. Warum? Das ist unser vierter Punkt, das Scheitern der Leben Jesu Forschung. Warum scheiterte das ambitionierte Unternehmen, den wirklichen und wahren Jesus zu ergründen? Der legendäre Arzt Albert Schweitzer hat dazu ein epochemachendes Werk geschrieben, Geschichte der Leben Jesu Forschung. Sein Fazit war freilich, sie ist gescheitert. Man kann nicht den wahren, wirklichen und echten Jesus aus dem vorhandenen Quellenmaterial herausmeißeln oder heraus destillieren. Alle, die nämlich so einen Versuch unternommen haben, die haben nur ihren je eigenen Jesus zutage gefördert. Nehmen wir mal zwei Beispiele. Sozialrevolutionäre Forscher stützten sich auf die Texte, wo Jesus ordentlich gegen die Reichen wettete. Da spricht der wahre, echte, richtige, wirkliche, Original Jesus. Und alles, was nicht zu diesem Jesus passte, das ist von der Kirche hinzugedichtet worden. Und herauskam eine Art Jacky Vara Jesus oder ein antiker Karl Marx, übrigens ganz ähnlich dargestellt, also mit wallendem Haar und Rauschebart. Oder zweites Beispiel, die Pazifisten und Hippies sagten, Jesus sei für den Frieden gewesen. Und überall da, wo Jesus sich für den Frieden ausspricht, da haben wir den echten, wahren wirklichen und echten Jesus vor uns. Und überall da, wo Jesus von Zoff und Krieg und Konflikt und Streit redet, da habe man es mit einer Verfälschung zu tun. Und herauskam eine Art Mahatma Gandhi Jesus oder Martin Luther King Jesus. Ich bete, allmächtiger Gott, nur zu gern zimmern wir uns unseren eigenen Jesus zurecht, wir betonen das, was uns in den Kram passt und verschweigen, was uns gegen den Strich geht. Bewahre uns vor einem einseitigen, zurechtgestutzten Jesus, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr segne dich und die deinen, er behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig, er segne euch, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, wie haben sie sich ihren Jesus zurecht gestutzt, wie sieht er aus, was sagt er, was sagt er immer wieder, was sagt er vielleicht nicht oder nur selten oder nur ganz nebenbei oder nur ganz leise. Diese Gefahr, dass wir uns unseren je eigenen Jesus, der uns bestärkt in dem, was wir für gut und für richtig finden, dieser Forschertrend, der steckt leider in uns allen drin und manchmal da lohnt es sich auf die Worte Jesu zu hören, wo dieser Jesus halt Dinge sagt, die uns gegen den Strich geht, Dinge sagt, die ich so nicht sagen würde und manchmal wenn man sich mit diesen Worten beschäftigt, mit diesen Taten, das sind manchmal die Worte und Taten, die einen weiterbringen. Möge das auch heute bei Ihnen so sein, Tschüss, bis Morgen. Bis morgen.